Hey Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal MyDosFeld und wie ihr euch hier seht, ich bin zuhause natürlich nicht alleine zuhause denn ich bin heute mit dem Beatboxer-Gammer zuhause, komm her! Ja Leute, du hast gesagt, du hast neues Video bei MyDosFeld Ich hoffe, dass wir dir gefallen sind, ja? Daumen nach oben! Abonnieren! Und die Leute aktivieren! Soll ich nicht vergessen! Und Leute, erstmal, ich wollte mich bedanken für 100 Abonnenten! Hallo liebe Leute! Ich hab 100 Abonnenten! Wenn euch das Video gefällt! Oben, Daumen auf! Oben! Abonnieren! Glaubst du, dass wir nicht vergessen! Und 100 Abonnenten! 100 Abonnenten! 100 Abonnenten! 100 Abonnenten! Und... Glauben! 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 So Leute, ich wollte sagen, so, dass ich mal ab und zu mal Ur-Dos-Spieche bei meinem Paketanlitz zuhau, weil es sind alle Ur-Dos-Spieche, weil Adem hat nicht das mit Gaman gesagt, keine Legion, Gaman weiß schon, was sie spielen, aber dann geht es nicht! Aber nein! Vielleicht haben wir die Stadt, Land, Fluss, oder wer will nicht? Nein! Die Jäger sind ja mehr Pornbuch! Und ich möchte sagen, dass ich eine Wir geben uns für 100 Menschen und für 100 subscribers. Und und all den anderen. Warum hast du die ganze Zeit beatboxing? Die Zarkana, meine Zahnarfen. Wir haben uns jetzt entschieden, wir spielen Gabby und Aslamik und Guys. Aber wir haben nur von der Zeit gelehrt. Wir haben nur von der Zeit gelehrt. Und los geht's! So, da ist, aber wir haben eine, ähm, ich bin jetzt hierher. Ich bin hierher. Ich bin hierher. Wir haben jetzt hier die Zettel, die meine Schwester hat aufgeschrieben. Und meine Schwester hat gesagt, Kamel zieht für mich und ich ziehe für Kamel. Und los geht's! So Leute, falls er auch sprach, was auf Kamel ist, er hat gesagt, es ist ein Katz, äh, äh, Dingskratzer. Katzenkratz. Aber er hat keine Katze. Kamel hat die, äh, äh, Person hoch Kamel gegangen. Und dann hat die, 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 ähm, ich hab den Namen vergessen. Ich hab den Namen vergessen. Wo den Namen holen? Kamel hat die Kratz. Kamel hat die Kratz. Er hat die, 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 die Sachen. Das ist, ja, ja, ich hab den Namen genommen. Ähm, Kamel. Ja? Ja? Kuscht, kuscht, kuscht nicht, kuscht nicht. Yeah! Kamel, dumme. Ja, ist die, 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 die. Nein, nein, nein. Okay, los geht's. Kamel bringt mich auf 180. Okay, los geht's. Kamel. Das ist hier, er nimmt eins von mich. Aber ich darf sie sehen. Aber ich darf sie sehen. Aber ich darf sie sehen. Damit darf ich sie nicht messen. Okay, okay, okay. Okay, klebst du mal an. Warte, das klebt nicht. So Leute, meine Schwester, also mein Cousin Kamerad, hat diese Person gezogen und jetzt ist Kameran dran. Komm, mach deine Arme zu. Ich hoffe, du liebst den, ich habe einen Charakter. Okay, Leute, direkt ist das da. Also, okay, ich bin jetzt Pantomile. Ich bin dummer ein bisschen, das weiß ich. Ich meinte, ich bin jetzt mit dem Weg nicht so los geht. Kann man, was wir regeln? Ja. Okay. Also, wir fangen jetzt schon wieder davon an. Kann man, wer darf anfangen? Äh, nein. Du sagst, weil du entscheidest. Okay. Also, du sagst anfangen, weil du bist ein bisschen kleiner als ich. Also, ja, du fängst dann. Ist mir egal. Fängst du an? Ja. Äh, nein. Habe ich zwei, also, wie ein Wort und dann noch ein Wort. Also, in das zweite Wort. Also, du meinst, du meinst, du hast zwei Namen, meinst du? Ja. Okay. Kamerad hat zwei Namen. Okay. Bruce Lee. Bruce Lee. Ja. Ja, ich wusste, dass Bruce Lee hat geguckt, dass... Weißt du, bis wann er geschummelt? Nein. Kamerad? Nein. Okay. Ich wusste, du bist Mero. Mero, okay. Ja. Ja, ich weiß, wie du bist. Du hast geschummelt, nicht ich. Okay. Okay. Weiter. So, ist das mal ein bisschen... Okay, mit der Rindegarde? Nein. Nein. So. Jonte. Nimm es für dich. Okay. So, Leute. Wir nehmen jetzt... Wir kleben jetzt nicht dran, weil es ist ein bisschen zu dumm. Ah, komm. Du hast mir gezeigt. Ich dachte, es war meins. Du hast gesagt, ich ziehe für sich. Ja, ich habe gesagt, ich ziehe für sich. Und du ziehst für mich. Jetzt geht mir auch für mich hin, beide. So, Leute. Wer bin ich gerade? Wenn ihr weiter, schreibt in die Kommentare. Aber schreibt... Aber wie guckt du erst? Und wenn... So, das bin ich. Und los geht's mit... Drück eine Runde mit der letzten Runde. Okay. Jetzt wird sie mir... Okay, Kamerad. Ja. Also, wer fängt an? Ich mach mal nicht einmal los, wenn ich zwei mal angefangen habe. Okay. Also, bin ich ein Mädchen? Hm... Ja. Spiel ich in eine Serie? Ähm... Nein. Ähm... Nein. Nein. Okay. Take a bit. Ähm... Kannst du gerne nachher? Hm... Nein. Okay. Du bist gerade. Ja. Ja. Superstar? Ja. 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 Woh. Ja. Roller? Ja. 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 Roller. Was? Was? Ich meine, hat das Dürmer mit aus? Roller. Roller? Nein. Harte Roller. Ich muss mich aufhatschen. 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 Ja. Okay. Bin ich? Happy. Ähm. Was? Ähm. Ist das eine Sängerin? Sänger? Also eine Sängerin? Ja. Okay. Du bist dran. Okay. Ähm. Ich bin ein Zupaster. Ja. Ein Sänger. Nein. Äh. Ja. Ein Sänger. Okay. Man sieht Leute. Ich weiß nicht, wer ich bin. So, Guys. Ihr Arzt für Arzt gab es die Videobeschreibung. Ihr habt einen Like-Kanal, Share-Kanal und Subscribe-Kanal. Euer Bellet-Kanal. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonnieren. Und Glocke habt ihr mir zu gern. Und dann sehen wir uns bald. Nächsten Mal wieder. Tschüss. Nächsten Mal wieder. Ahi. Na ja. Was kein Spaß? Du Spaß. So Leute. Da hat man gewonnen. Juhu. Ich hab gewonnen. 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 Da ist es nicht drin. Ich glaube, eh. Agehalt. Nein. So Leute, was machen wir jetzt? So Leute, Mama hat einen Punkt und ich nicht. Und jetzt spielen wir weiter. Okay. Okay. Nimm es für dich. Okay. So Leute, wir nehmen jetzt, wir drehen jetzt nicht rein, weil es ist ein bisschen zu dumm. Ist das richtig gut? Du hast mir gezeigt. Ich dachte es war meins. Du hast gesagt, ich zieh für dich. Ja, ich habe gesagt, ich zieh für dich und du ziehst für mich. Jetzt geht mir auch mal für mich hin weiter. So Leute, wer bin ich gerade? Wenn ihr weiß, dann schreibt in die Kommentare. Aber schreibt, wie guckt du erst? So Leute, das bin ich. Und los geht's. Drücken runter mit der letzten Runde. Okay. Okay. Okay, kann man. Ja, okay. Also, wer fängt an? Ich mache an sich einmal los und zwar mal angefangen. Okay. Also, bin ich ein Mädchen. Hm, ja. Spiel ich in eine Serie? Ähm, nein. Du bist jetzt dran. Bin ich ein Junge? Ja. Mit Leute kommen? Handy. Nee. 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 Komm ich auch auf eine Serie auf Netflix? Mit Netflix Theater? Nein. Nee. Nee. Ähm. Kommt du an die Haare? Hm. Nee. Okay, du bist dran. Ja. Mit Superstar? Handy. Ja. Handy. Wo? Ja. Roller? Oh, ich denke ja. Roller. Was? Was? Ich nehme mir mit aus. Roller. Roller? Nein. Harte Roller. Ja. Ja. Okay. Bin ich? Ähm. Was? Ähm. Kann ich dir? Ist es eine Sängerin oder? Sänger? Also eine Sängerin? Ja. Okay. Du bist dran. Okay. Ähm. Start? Ähm. Ja. Handy. Wo? Ja. Roller? Ja. Ich denke ja. Roller. Was? Ich nehme mir mit aus. Waller. Waller? Nein. Harte Roller. Harte Roller. Okay. Bin ich? Ähm. 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 Ist es eine Sängerin oder? Sänger? Ähm. Sänger? Okay. Du bist dran. Okay. Ähm. Ich bin ein Supporter. Ja. Ein Sänger. Nein. Äh. Ja. Ein Sänger. Okay. Hm. Man sieht Leute. Ich weiß nicht wer ich bin. So guys. Ähm. Wir sind ein Arzt für Arzt. Wir haben einen Puppe. Ja. Wir haben einen Puppe. Schreibt es einen. Und wir haben einen Appetit. Und wir haben einen Appetit. Und wenn es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat. Dann gebt mir ein Daumen. Da oben. Abonnieren. Und dann sehen wir uns. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.